Hallo Freunde, hier ist wieder der K-Cafseg Gamer im Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Und zwar machen wir jetzt die zweite Variante von Karfeis Quest. Ich hab ja gesagt, ich werde es bis hierher durchspielen. Wir sind jetzt gerade aus der Höhle von dem Dieb entkommen. Und Karfei braucht jetzt vier Stunden, um in die Stadt zu rennen, obwohl das gar nicht so weit ist. Ha, naja, egal was soll's. Äh, wir müssen natürlich in die Stadt, was ich dann wieder schon wieder rumdrucke hier. Wir müssen in die Stadt gehen und jetzt die Eilpost an die liebe Mutti dem Postboden übergeben. Und ich muss ganz kurz die Lautstärke wieder vollstellen. Die Volume auf Maximum. Und dann machen wir auch gleich noch den Endgegner. Ne, äh, wir machen noch alle Herzteile fertig. Äh, 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 doch, hier, Postboden, ne? Hab ich gesagt. Äh, was ist hier? So, weg mit. So. Ja, ich werde jetzt nicht das machen und dann hier irgendwie die Aufnahme beenden. Ne, ich werde das jetzt extra machen. Ey, was ist denn los? Oh, ich will fliehen, aber das steht nicht auf meinem Zeitplan. Für mich hat der Zeit, hat der Zustellungsplan höchste Priorität. Ja, äh, ja, hier, kannst du doch mal Post austragen zum letzten Mal in deinem Leben. Weil wir gleich alle sterben. Das ist deine Eilpostsiegel. Es ist von höchster Dringlichkeit. Ich muss den Brief ausliefern. Hopp, 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 hopp. So, wir müssen den jetzt hinterher stalken. Und meine Güte, der rennt uns jetzt ja davon, ey. Das gibt's ja gar nicht. Kommt der nicht vom Fleck und jetzt hat? Haha, er ist da. So, laut meiner Information sollen wir ganz kurz mit reingehen. Machen wir mal ganz kurz hier die Maske. So, wir gehen mal kurz rein. Wir sehen, dass er mit der quatscht jetzt. Ich würde mal ganz kurz nochmal nachlesen. Aber statt die Eilpost zur Post, übergebt sie den Postboden. Dann folgt Link diesem und begleitet ihn in die Milchbar. Hier übergibt er die Postbode, die Eilpost, während Link die Bar verlässt. Draußen wartet Link auf den Postboden und spricht ihn an. Dann erhalten wir die Mütze des Postboden. So, vielleicht müssen wir die Bar wieder verlassen. So, dann gehen wir mal kurz raus. Warten, bis der Typ kommt. Fünf Minuten nehme ich schon auf. Ah, da kommt er doch. Na, also. Ich hoffe, der haut jetzt nicht ab oder so. Hört der jetzt nochmal hier stehen, oder? Ah, der bleibt hier nochmal stehen. Ich werde fliehen. Das ist ein Befehl der Poststellenleiterin. Nun bin ich frei. Ich werde meinen eigenen Zeitplan machen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Da, nimm ihn. Tada! Du hast die Mütze des Postboden erhalten. Dieser mehr... äh... Dieser ehrwürdige Hut erlaubt es dir, den Briefkasten zu öffnen. Der Zauber der Uniform wirkt auch bei dir. Ja. So. Juhu! Er kann jetzt rennen. Sieht man den eigentlich noch, wenn der jetzt da draußen ist? Läuft der jetzt hier rum oder verschwindet der jetzt ins Nichts? Tatsache, er verschwindet ins... Nichts. Ah, Dankeschön. Vielleicht haben wir noch Zeit und können nochmal schnell hier alles erkunden, weil der Carfighter braucht ja eh noch drei Stunden, bis er hier ist. Äh, zwei meine ich. Also logisch darf man über die Zeitrechnung nicht nachdenken, weil... Da denkt man sich wirklich, äh, wie geht denn sowas? So, wenn ich mich recht entsinne, was ich meistens nie tue, dann müsste das Herzteil hier irgendwo sein. Ich würde übrigens jetzt nur eine Stunde oder so aufnehmen. Eigentlich habe ich mir jetzt gedacht, ich mache Zelda fertig und vielleicht mache ich das auch mal gucken, wie ich lustig bin. So, ansehen. Gut gemacht, katsching. Ah, Tatsache. Äh, 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 herzteil, 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 herzteil. Oh, sehr gut, sehr gut. Mit der Münze des Postboden. Das haben wir. Und wir haben die Münze des Postboten. Das heißt, wir machen dann im vorletzten Zyklus oder so. Nein. Die letzte Maske. So. Fuchsmaske haben wir ja auch bekommen. Mal schnell anmalen. Maske der Liebenden. Angemalt. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Masken. Und zwar die Maske der Nacht und eine Special Maske. Gute Arbeit. Katsching. Bla, bla, bla. Das ist übrigens auch das einzigste Mal, dass wir diese Maske brauchen. Aber naja. So, da oben kriege ich jetzt wieder 100 Rubine. Aber die sind mir wurscht, weil wir haben sowieso das Herzteil von der Bank. Und wie gesagt, es geht jetzt eh aufs Ende zu. Deswegen ist mir jetzt Geld sowas von Schnuppe. Hallo, Spazi. Ey. Ey. Rede mit mir. Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube ihm. Ja. Hm. Okay. Naja. Wir werden nie gleich alle sterben. Na da 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 da. Ich werde mal hier ganz kurz meine... Ach, die Rom backt wieder nicht rum. Fällt mir jetzt erst auf. Meine Standardausrüstung wieder anlegen. Damit wir gleich zurückreisen können und überleben. Als einzigster wieder mal. Naja, egal. Na da 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 da. Ich finde die Musik wirklich so episch. So episch. Ich werde jetzt ein bisschen vorspulen. Oh, das wird still. Gut, das kennen wir ja jetzt alles. Die drücken jetzt da ihre Masken zusammen und dann passt es. Ich, ich kenne dich. Welch ein vertrautes Gefühl verlangt. Ja, das kennen wir doch alles. Das kennen wir doch schon. Ja, guckt euch nicht so dumm an. Ich muss mal ganz kurz das Fenster wieder anklicken. Anju, verzeih mir, dass ich so spät bin. Bad Boy. Willkommen zu Hause. Ach, wie süß. Und wieso steht jetzt... Wieso steht Link jetzt auf einmal da drüben? Tihi. Tihi. Ja, Tihi. Mutter und Kind. Wie Mutter und Sohn. Lass uns die Maske tauschen. Psss-n. Fusion. Wir haben unseren Eid erfüllt, wir sind nun ein Paar. Oh, wie schön für euch. Aber nicht mehr lang. Du bist unser Zeuge, bitte nimm diese Maske als Zeichen unserer Dankbarkeit. Das ist übrigens auch die einzigste Maske, die man doppelt bekommen kann. Okay, ja, ich suche mir einen sicheren Ort und zwar vor drei Tagen suche ich mir den. Ich haue nämlich jetzt ab, ich verschwinde. Die können ja von mir aus hier machen, was sie wollen. Die können da meinetwegen untergehen. Ich haue ab. Ist mir viel zu riskant. Aber wenn das hier Bumse macht, das ist aber ganz schön... Ich habe keine Munition, nein. Schöne Scheiße. So, ich haue ab jetzt und mir langt's. Es ist viel zu ungemütlich hier. So. Ne. So, da wird gesaved. Und wir reisen zurück durch die Zeit zum ersten Tag. Zurück durch die Zeit. Die letzte Flasche. Ja, an 100% wird's wieder nicht geben von Zelda, weil die Flasche, die Flasche, die ist so kacke, die Flasche, die ist so kacke zu holen. Die Flasche! Die Flasche ist so kacke zu holen, die Flasche, das ist ja wirklich... Ne, also da vergeht mir wirklich wieder die ganze Lust am Spiel. Aber ich werde es trotzdem für euch, ganz extra für euch, werde ich's versuchen. Und wir... Werden jetzt erstmal die Zeit verlangsamen. Ja, ich werde jetzt die Aufnahme nicht beenden. So ein 11 Minuten Part ist schon kacke. So. Okay, wir brauchen die Maske der Nacht. Das heißt, wir müssen nochmal die Frau retten. Hey, nein, die dürfen wir ja nicht retten. Genau. Ja, so war das. Und wir brauchen die Maske der Nacht und 500 Rubine und, 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 und. Und ich hab vergessen, was ich jetzt machen wollte. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Nein, können wir nicht mal nicht machen. Okay, wie's aussieht, müssen wir jetzt direkt nochmal vorspulen. Zum letzten Tag. Weil die Maske der Nacht bekommen wir erst am letzten Tag. Bäh. Äh, ja, die Maske der Nacht bekommen wir nämlich erst am letzten Tag. Und... Die Flasche können wir auch erst am letzten Tag holen. Das isch ein bisschen doof. Obwohl, eigentlich passt's ganz gut. Oh, ganz gut. So, dann fehlen uns ja gar nicht mehr viele Herzteile. Herzteile, Herzteile. Eins, zwei. Tö, nur noch zwei Stück. Plus zwei, die wir drin haben. Und dann noch die vier... Letzten. Die allerletzten. Und dann haben wir's geschafft. Ich bin überglücklich. Das ist das allererste Mal, dass ich alle Herzens zusammen hab in den Zeldas. Äh, ja. Abgesehen vom ersten, wo ich's schon mal geschafft hab. Wo ich's aber im letzten Play nicht gemacht hab, weil das wirklich so verkackt ist, das Herzteil. Es ist alles üben. Also, gut, schön. Hat er zu偶 vert verdierten Männern? imagine- Ich mach mal hier wieder auf. Bowl Speed. Mal, 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 Mal... Mal, 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 Mal. Mal, 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 Mal. nach der Füße die Stimme in den in den in den in den in den in 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 den in den in den in so der Mann des letzten Tages Lerl so jetzt gehen wir gleich wieder in die nacht vom letzten tag soll da hin und pause jetzt gehen wir nämlich in den kenner canyon obwohl eigentlich genauer gesagt zum friedhof und ich weiß jetzt gar nicht ob ich so dahin komme ich hoffe mal schon weil ansonsten habe ich ein problem ja weil es gibt ja drei löcher eins am ersten tag eins am zweiten tag und eins am dritten tag und das am dritten tag da sehen wir den hässlichen goldgräber goldgräber den hässlichen totengräber wieder und der buddelt uns dann eine flasche aus glaube ich wenn wir irgendwie drei komische lichter aktivieren habe ich noch nie geschafft ich weiß ich habe es nur einmal probiert aber da war ich noch jünger und ihr wisst ja wie ich jünger war da habe ich nicht wirklich irgendwie was von zeller gerafft ich bin jetzt mal gespannt wie das ist weil ich mich wirklich kaum erinnern kann ich habe bloß immer im hinterkopf gehabt diese flasche ist hässlich zu holen und deswegen lasse ich es einfach kann natürlich auch sein dass ich mich täusche und das ist jetzt jahre später ein bisschen einfacher ist da war übrigens du gehst weg von mir sonst welch unsympathisch so es funktioniert sogar Siehnszler du bist doch deshalb da du bist doch die ja 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 dass der frito von die kana na 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 Wo ist denn das Ding? Hier. Dann quatschen wir doch mal eine Runde wieder. Ah, du häusliche Knochenfratze. Oh, mach's Loch auf. Ihr habt's eilig. Ja. Was? Hier wird nicht bewacht. Hier wird geöffnet. Öffne. Aber zack, zack, sonst ist Ruhe hier. Also, geh doch voran. Und nochmal. Und noch ein. So, und jetzt bringt euch alles selber. Genau. Und wir fallen. Knunter. Und hier haben wir den hässlichen Grümmel doch schon. Der verlangt wieder Geld. Äh, sie sind da. Geh weg. Du, wer bist du? Ich kann nichts sehen. Bist du zu hell? Es ist zu hell. Du bist kein Geist, oder? Ein Feenkind? Oh, so war es. Das nicht der Fee? In diesem Falle bin ich höchst erfreut. Na, 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 na. Ja, wir müssen den jetzt seit hierher führen. Und der Kerl ist so behindert im Gesicht. Ja, hallo, 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 hey. So behindert kann's doch du nicht sein. Ja, der läuft ständig irgendwo hin. Das ist wirklich sowas von behindert. Oh, ich würde in diesem Ort sagen, äh, ha, 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 ha. Ja, grab einfach. Also. Ja, wir müssen jetzt die komischen Lichter hier aktivieren. Ja, komm mit, komm. Boat, 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 boat. Boat, 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 boat. Boat, 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 boat. Und soviel ich weiß, muss der irgendwie hier hochkommen. Ah ja, du mich auch. Okay, ich gebe hier mal ganz kurz die Leiter hoch. Mal gucken, was es hier gibt. Hier gibt's nix. Hä? Soll ich den Typ da hochbringen? Ah, nee, na. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine Säule. Wah! WTF? Alter, was geht denn jetzt? Schnauze! Und komm ja nicht wieder. Ey, Typ! Ich hab ja gesagt, das ist sowas von... Oh, etwa diesmal ist das... Ja, 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 Grabe! Hier scheint nichts zu sein. Ey, ey! Ey! Ja, was willst du denn? Komm mit! Komm! Boat, 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 boat! Boat, 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 boat! Ich hab keine Ahnung, wie man die, wie man das hier lösen soll. Aber ich würd's jetzt einfach... Ey, 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 ey! Nein, nein, nein! Komm, komm mit, komm, komm! Boat, 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 boat! Ach so, man muss den anschauen! So geht das! Und ich hab mich immer gefragt, warum der Typ immer wegrennt! So, komm her! Boat, 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 boat! So! Na komm! No, einmal graben! Nein, nicht überlegen! Ja, doch! Doch, hier! So, komm! Boat, 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 boat! Nein! Nein, du sollst nicht weggehen! Nein, du sollst... Komm, komm, boat, 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 boat! So, komm! Immer schön meiner Stimme folgen! Komm! Komm! Na komm! Na, bist du ein Feiner! So, hop, eher Heimergraben!